In jedem Chunk kann nur ein random Monster spawnen. Ob dieses Monster friedlich oder böse ist, das ist komplett random. Von einem ganz normalen Schwein bis zu einem Wither ist alles dabei. Zusätzlich spielen wir das Ganze in Ultra-Hardcore, das heißt, wir können nicht regenerieren. Heute wird's also sehr spannend, deswegen lasst gerne ein Like da, wenn euch sowas gefällt. Schreibt einen netten Kommentar gegen den Algorithmus, gönnt mal ein bisschen, wir wollen noch 20k hinten. Ansonsten schaut auf Twitch, wobei jeden Tag streamt mich twitch.v.stern und jetzt viel Spaß mit diesem unfassbar geilen Video. Alter, was? Da ist eine Schalker. Da können wir mit Schalker spielen, das ist saugeil. Okay, da ist ein Ravager. Ey, das ist so cool, guckt euch das an. Wo ist der Wither? Wo sind die Wither? Sorry. Das Problem ist halt, ich hab Voll-Damage genommen. Warum bin ich so blöd? Giant-Zombie-Chunk. Jungs, ich will keinen Streit, okay? Ich will keinen Streit. Das ist ein Wechsel. Ich hab sie gesehen. Ey, ich hoffe, dass man irgendwie ein Video ranzoomen kann oder sowas. Das ist ein Wechsel. Nein. Wo, wo, wo? Warum habe ich die Vermutung, dass der Spawner ein Wither-Spawner ist? Ich will eigentlich gucken. Aber ich will nicht gucken. Der Spawner da unten ist so hundertprozentig. Oder ein Guardian-Spawner. Ich kann nicht mehr. Da sind Wechsel. Seht ihr die? Okay. Wir müssen schlafen gehen erstmal. Davor kehren wir aber nicht. Nein, ich bin so blöd. Ja, GG. Eins kann ich euch schon mal versichern. Es wird nicht langweilig. Das ist halt so hardcore, ne? Hier ist direkt ein Evoker. Da müssen wir mal ganz schnell weg von. Oh mein Gott, das ist der schlimmste Spawn, den ich mir ausmalen könnte, na? Nein! Da ist ein Wither. Hier ist ein Wither unter dem Eis. Weg, hier, weg, hier, weg. Ich bin out of Sprint. Ich bin out of Sprint. Ich brauche unbedingt Essen. Also wie gesagt, das gibt... Och nein. Och nein. Ja, das ist die ultimative Combo zum Tod. Das ist so hart. Wither. Noch mehr Wither. Oh mein Gott, was ist das denn? Eine Totem-Farm. Nein, die kann ich mir nicht holen, die Totems. Ich muss weg hier. Ne, das ist unmöglich. Wir müssen hier weg. Da sind immer noch Wither. Huhn-Chunk. Wither-Chunk. Ich sehe den Wither. Ist der Wither auf uns, Agro? Nein. Sie schießen auf mich, oder? Ja, Agro auf mich. Die beste Combo, die hätte passieren können. Wir bauen jetzt den Block über uns ab und rennen weg. Davor essen wir aber noch was. Und wir geben uns selber Damage, weil wir... Oh mein Gott, ich bin so ein Vollidiot. Oh mein Gott, ja, das war's. Also ich glaube, das Wasser ist legit Gift für uns. Oh mein Gott, nein. Ja, natürlich kriege ich einen direkten Hit von den Ghasts. Blazers! Okay, das war's. Ich muss schwimmen. Ich hab Vollidiotum schon genommen. Ich werde so sterben. Ja. Mining Fatigue? Ey. Ne, das ist unmöglich. Stopp! Tschüss! Ja, adios, amigos. Ich will eigentlich looten. Ich gehe das Risiko, eigentlich loote. Niemals werden wir den Schatz looten. Das ist genau der Chunk, den wir brauchen. Okay, pass auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab mich so erschrocken gerade. Mein Herz. Wieso hab ich Blindness? Der Illusion hat mir Blindness gegeben und ich hab anderthalb Herz, weil mich skillet hat. Ja. Dich nehmen wir mit. Oh Gott, Revenger ist hinter uns. Sorry fürs Schreien, Jungs. Eisengolem-Chunk, das ist sehr strong. Jawohl, Golem, hol den dir. Du musst halt nur aufpassen, da wir nicht regenerieren, wie wir das Ganze hier playen. Hast du Eisen gedroppt? Ja, hast du, natürlich. Machen wir das Flint and Steel. Loch im Fletching-Table. Je mehr, desto besser. Keine Zeit verschwenden. Das ist süß. Nein. Oh. Nein, oder? Nein. Oh mein Gott, du kleine, eklige Spinne. Ich hab null damit gerechnet, dass sie mich so outplayed. Ja, GG, halbes Herz. Nice. Gott, ein Flash bringt uns halt nichts, ne? Oh mein Gott, nein. Geh weg, bitte. Oh mein Gott, bitte kein Damage-Po-Äh, Damage-Poschen. Nein. Pandas. Nein. Oh mein Gott, Zoglin. Jetzt will ich gambeln. Schade. Er ist einfach stuck. Screeny. Das ist halt... Natürlich bist du dann nicht mehr stuck. Aber okay. Was? Wo kam jetzt der Damage her? Die Wither sind hier. Die Wither sind hier. Die Wither sind hier. Die Wither sind hier. Einfach weg. Einfach ins Leere rein. Nein. Nein, 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 nein. Guardians. Och nein. Ich bau mich für Türen ein. Also wenn wir Elder Guardians sehen, einfach auch nicht in die Nähe. Ich kenne unser Glück. Wir sollten unser Glück nicht herausfordern, sagen wir es so. Wie lange haben wir noch Mining Fatigue? 18 Sekunden. Wir müssen sofort. Wenn Mining Fatigue aufhört. Schafe. Jawohl. Jawohl. Wir haben genügend für ein Bett. Ihr wisst nicht, wie wichtig Betten sind. Oh, das ist gut. Wir können hier Blaze-Words farmen. Die Ravager killen die Blazes. Dadurch können wir Blaze-Words farmen. Nicht schlecht. Solange wir keine Kuh finden, haben wir, glaube ich, echt ein fettes Problem. Versuchen wir jetzt schnell zu dieser Kuh zu gelangen. Und dann haben wir auf jeden Fall keine Mining Fatigue mehr. Das war's mit dem Eisengohle. Wir machen uns mal zwei Shields, weil ich weiß, dass wir viel Damage ablocken werden. Jetzt haben wir... Das ist nicht dein Ernst, oder? Tja, du bist nicht ernsthaft so blöd und setzt aus Versehen Lava. Und bist jetzt auch noch out of Sprint. Und du hast sogar noch Pillager bei dir. Nee! Ey! Als ob! Nee, oder? Nee. Das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert, oder? Ich habe gerade nicht ernsthaft Lava gesetzt. Bin jetzt auf einem halben Herz. Und bin out of Sprint. Das ist uns... Also, das ist ja wirklich jetzt... Also, Schafe sind sehr, sehr gut. Nehmen wir direkt mit. Ich habe mich noch nie so vor Minecraft erschrocken wie jetzt gerade. Oh mein Gott! Jawohl! Das ist so wichtig, ne? Ja, außer die Endermalz, die ja die ganze Zeit nerven. Lama-Chunks. Zombie-Chunks! Wither-Chunks! Och, nee! Das ist bis jetzt immer so gewesen, wenn ich in einem Dorf war, waren da Wither. Oh, yes! Jackpot! Und dann ist es ein Blaze. Lass die Blaze die Golems abschießen. Oh mein Gott, nein, Wither. Oh mein Gott, nein. Das ist jetzt ein big Problem, weil ein Wither auf uns instant Fokus war. In die Höhle will ich nicht. Über uns ist ein Wither. Ich wollte gerade sagen, noch ein Problem. Aber wir haben eine Milch. Es sind hunderte Wither hier gefühlt. Was machen wir? Es scheint so, als wäre der Wither weg. Ja, der Wither ist weg. Ah! Nein, nicht schon wieder Wither! Nicht schon wieder! Nein! Nehme ich jetzt nicht an! Jawohl! So, jetzt haben wir dich. Och nein! Nein, er muss jetzt nicht. Oh mein Gott, wie close! Zum Glück ist da ein Lama gewesen, was drei Hits getankt hat. Sonst wäre wirklich sauschnell aus dem Haus gewesen alles. Enderman, Enderman, Enderman. Bitte drop mir eine Pearl. Och, Bro, musste das sein? Und dann noch nicht mal eine Pearl gedroppt. Ich danke dir. Danke für deinen Support. Oh Gott, wo kamst du denn her? Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Den Volldämpf ich nehme ich gerne mit. Ich muss weg. Nein, 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 nein. Zu viele Wither! Aber sie sind abgelenkt. Und um uns herum auch noch. Alter, überall Wither. Das ist wirklich der Wither-Simulat. Ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Das ist gerade aussichtslos, ne? So, jetzt haben wir hier Blazers. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es kommen. Das ist der Run. Du bitte jetzt eine Inner Pearl. Jawohl! Noch drei Pearls. Ne, noch vier. Machen wir noch vier. Kommt. Ich will das Risiko eingehen. Und bitte mal jetzt einen Drop. Das wäre schön. Jawohl. Enderman, 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 Enderman. Freundchen. Du drobst jetzt deine Pearl. Jawohl! Bitte. Jawohl. Jetzt brauchen wir nur noch Blaze Rods. Oh nein. Die Illusioner. Ey, das wird so necken. Ich gehe lieber weg. Die Illusioner schießen dich gegenseitig ab und werden unendlich. Nein, 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 nein. Milch? Jalla. Sehe ich da was Richtiges? Nein, das ist keine Blaze. Das ist einfach nur ein in Goldrüstung getarnter Husk. Droppst du mir wenigstens was? Vier Uses? Ne. Sehe ich da gerade einen Eisengullim, der gestorben ist? Oh yes. Wir brauchen Blazes. Jetzt. Sofort. Oh Gott! Aus dem Nichts? Ist aber hart. Wird jetzt close. Vor allem, wenn jetzt uns mehrere Withers hinterher fliegen. Um genau zu sein, sind das drei Withers. Ah, entspannt. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als drei Withers hinter sich zu haben. Wenn wir jetzt Glück haben, sind sie schon wieder weggeflogen. Ich sehe immer noch einen Widder über uns. Ist aber besser als drei. Er ist auf die Mobs aggro, das heißt, wir können wegfliegen. Und wir haben es gelöst. Let's go. Jawohl! Wir haben einen Blaze-Chunk. Let's go. Das ist es. Und sie sind sogar noch im Wasser, das heißt, sie kriegen Damage. Ja, die Ravager sind aber ein Problem. Hält mir gerade auf. Und die Ravager sind zu langsam im Wasser, das heißt, wir können uns hier alles wegsnacken. Wie viele Blaze-Words haben wir? Sieben Stück. Genau richtig viele. Ab ins End. Wir machen uns zwölf in der Augen. Ah, natürlich plopst es direkt weg. Oh! Der Gasschuss! Habt ihr den Gasschuss gesehen? Ey! Ey! Okay, passt auf. Wir werfen jetzt unser zweites Auge. Ist es noch weiter? Ist es noch weiter? Bitte. Jawohl. Das war ein bisschen nervig gerade. Jawohl. Wir haben die Position vom End. Bitte sagt mir nicht, dass die Wither in unseren Chunk spawnen. Bitte sagt mir das jetzt nicht. Ich brauche kein Wasser einmal. Bitte sagt mir jetzt nicht, dass die Wither im Stronghold sind. Oh mein Gott. Im Stronghold waren 100 Wither. Was? Robby schnallt das rein. Ey, das hätten wir niemals geschafft. Ne, ne, ne. Das hätten wir niemals geschafft. Nie und nimmer.